Da fällt mir ein kurzer Witz ein. Darf ich den erzählen? Nein, ich muss immer fragen. Ich bin da nur der Sidekick. Kennen Sie den Witz, wo der Kaiser Franz Josef am Naschmarkt kommt? Nein oder ja? Weil sonst erzähle ich nicht. Na, er ist dann. Seine apostolische Majestät, Kaiser Franz Josef, kommt am Naschmarkt in Wien. Alles liegt am Bauch natürlich. Er kommt zu einem Stand, wo nur Eier verkauft werden. Er kommt hin und sagt den Eierverkäufer und sagt, Sag er mir, was sind denn das für kleine Eier da? Majestät, halten Sie Gnaden, das sind die Eier von der Wacht. Was sind das? Die kenne ich da. Ja, Majestät, kenne ich vom Frühstück, nicht das Ei vom Huhn. Ja, 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 aber bitte jetzt sag er mir, guter Mann, was sind denn das da hinten für exorbitant große Eier? Sag er, Majestät, das sind die Eier vom Strauß. Schau, schau, der Walzerkönig. Das ist mir jetzt so eingefallen, weil der Strauß steht. Ich habe die Eier vom Frühstück. Ich habe die Eier vom Frühstück.